Bitcoin knackt die 60k Marke, doch geht es jetzt so weiter und wie weit kann Bitcoin noch steigen und sind die ETFs vielleicht dafür gar nicht so stark verantwortlich? Das werden wir alles in diesem Video klären. Außerdem Experten stimmen, was die sagen und vielleicht auch deren Prognosen aus der Vergangenheit. Sind die eingetreten, sind sie nicht eingetreten? Und natürlich die große Frage, solltest du kaufen oder warten, weil jetzt kommt ja vielleicht doch ein Dip oder geht es einfach geradeaus weiter und du solltest jetzt doch noch einsteigen? Wir geben da auch noch unsere persönliche Meinung dazu. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News zur Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und wenn du dich maximal schützen möchtest, wir haben eine kostenfreie 8-Punkte-Checkliste ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Wir bewegen uns gerade knapp 15% unter dem All-Time-High. Die 60k-Marke, die ist geknackt. Marktkapitalisierung 1,17 Billionen US-Dollar. Das heißt, Bitcoin hat sich seinen Platz gefestigt im Club der 10 wichtigsten Assets dieser Welt. Oh mein Gott! Die Bitcoin-Spot-ETFs, die sind hier ganz klarer Kurstreiber. Da ist Geldzufluss ohne Ende gerade vorhanden. Und die Retailer auf der anderen Seite, die halten sich da gerade ziemlich bedeckt. Also auch wenn man sich mal einfach die Google Trends anschaut. Man könnte jetzt meinen, weil wir ja alle in dieser Bubble drin sind, ja jeder All-In-Crypto und gib ihm. Nein, nein, Leute, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und wie bekanntlich halt so immer, die Retailer, die kaufen dann den Bitcoin bei 70 oder vielleicht noch höher. Okay, let's go. Und eben nicht bei 15,8 wie damals. Das ist halt immer das berühmte Problem an der Sache. Übrigens, falls du Kryptos hast und dich fragst, okay, wie kann ich jetzt damit am leichtesten zahlen? Wir haben eine anonyme Payment-Lösung für dich. Wichtig, geltende Gesetze deines Landes beachten. Es ist aber durchaus auch interessant, da knapp 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten überhaupt keinen Zugang zum Finanzsystem haben, aber zu Kryptos. Und damit können sie wiederum zahlen. Also wenn dich interessiert, wie Flyback funktioniert, wie du anonym deine Rechnung zahlen kannst, klick dich mal hier rein. 19.677 Bitcoin haben alleine BlackRock, Fidelity und Co. in den letzten zwei Tagen gekauft. Das ist mehr als die zehnfache Menge an Bitcoin, die täglich überhaupt geschürft werden. Also da sprechen wir von einem Volumen von 900 Bitcoin. Jetzt hinsichtlich des anstehenden Halvings stellen sich Experten hier jetzt wiederum die Frage, ob es da vielleicht sogar zu einem Nachfrageschock kommen könnte, wenn das Ganze jetzt so weitergeht. Also allein BlackRock und Fidelity halten knapp 11 Milliarden Dollar in den ETFs. Vielleicht wollen die einen Teil des Kapitals jetzt auch noch sicherer vermehren. Sales Codex möchte das möglich machen. Ja, die sagen in vier Monaten 200 Prozent. Versprochen. Huh, das ist meine Ansage. Also sind wir sehr kritisch, ob das so funktionieren kann. An der Stelle natürlich, wir lassen uns gerne immer vom Gegenteil überzeugen. Und daher haben wir uns das ganze Projekt auch mal angeschaut, ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Und ob die das schaffen können und wie die das schaffen wollen, das siehst du hier. Aber liegt dieser krasse Anstieg jetzt wirklich nur an den ETFs? Und warum hinkt Bitcoin eigentlich sogar hinterher? Hä? Aus der Historie raus, klar, man kann jetzt nie sagen, was in der Vergangenheit passiert ist, wird auch in der Zukunft passieren. Allerdings bis auf 2014 und 2020 war der Februar schon immer ein gutes Monat für Bitcoin. Bitcoin hängt aus dem Grund hinterher, dass zum Beispiel der S&P 500 bereits am 20. Januar 2024 das All-Time-High erreicht hat. Und auch der DAX, ja, der durchbricht gerade gefühlt eine Schallmauer nach der nächsten. Aber was ist jetzt genau der Grund dafür? Das ist vor allem die Geldausweitung beim US-Dollar. Wir sprechen in den vergangenen zwölf Monaten von 420 Millionen Dollar. Und das hilft natürlich dem Finanzmarkt enorm. Außerdem die Thematik, die wir schon in der Vergangenheit angesprochen haben, es pochen gerade alle drauf, dass Zinssenkungen kommen. Auch wenn sich Jerome Powell dahingestellt hat und gesagt hat, nö, da kommt jetzt mal gar nichts. Auf der anderen Seite der Wahlkampf und alles, was da somit einhergeht, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Klick dich mal gerne in das Video, wo wir das ganz klar begründet haben. Aber das ist natürlich nochmal der andere Grund, dass alle jetzt da gerade drauf pokern und sagen, ja, entweder im März oder schlimmsten Fall im Mai. Juni glaubt da jetzt gerade noch so richtig niemand dran, dass das vielleicht noch so lange dauert, weil das vielleicht die US-Regionalbanken dann womöglich nicht so ganz durchhalten würden. Und dann haben wir noch den Nvidia-Bericht, der gerade letzte Woche natürlich extrem für Furore gesorgt hat. Klar, die Quartalszahlen das letzte Mal waren schon sehr gut, man war kritisch, kann da vielleicht noch was gehen? Ja, da ging was. Und wir sprechen halt hier seit Oktober 2022 von einem Kurswachstum von 580%. Kürzliches All-Time-High bei 800 Dollar. Übrigens gerade dieses Thema AI, D-PIN und so weiter, riesengroßes Feld. Wir haben da kürzlich ein Projekt vorgestellt, ORT. Und das hat durchaus eine Menge Potenzial unserer Meinung nach. Es geht um dezentralen Cloud Storage. Denn AWS ist nett, ist aber zentral, das heißt Gefahr von Datenleck. Und diese Daten kosten ja auch nochmal eine Menge Geld. Und durch AI wird der Bedarf da natürlich immer höher. Bei dem Projekt sind bereits Dell, Lenovo und Binance fester Partner. Und das Projekt ist unter anderem von zwei Professoren der Columbia University. Solltest du dich vielleicht mal reinklicken, Projekt gerade frisch gelauncht, klick dich mal hier rein. Bevor wir jetzt zu unserer eigenen Meinung kommen, halten wir gerade, verkaufen wir einen Teil, verkaufen wir komplett. Schauen wir uns mal ein paar Expertenstimmen an. So die größten Koryphäen im Cryptospace. Was die in jüngerer oder auch längerer Vergangenheit über Bitcoin gesagt haben, über die Kursprognose. Wichtig nur auch an der Stelle, follow the money. Menschen lügen Geld nicht. Das bedeutet, egal welcher Guru jetzt gerade da außen irgendeine ganz, ganz krasse These aufstellt. Das heißt noch lange nicht, dass die auch eintritt. Starten wir mit Robert Kiyosaki. Du wirst ihn wahrscheinlich durch seinen Bestseller Rich Dad Poor Dad kennen, ein ganz bekannter Investor. Und der 76-Jährige hat kürzlich auf x-mal kundgetan. Bitcoin wird schon im Juni die 100k-Marke knacken. Selbst Bitcoin-Kritiker Peter Schiff gibt sich anscheinend jetzt zähneknirschend geschlagen und prognostiziert zumindest bis Ende diesen Jahres die 100k-Marke bei Bitcoin zu knacken. Natürlich mit dem kleinen Beisatz, dass ja der Anstieg jetzt eigentlich doch nicht so krass ist und sich deswegen wahrscheinlich ein Investment eben nicht mehr so lohnt. Der ist ja mehr oder minder all in in Gold. Übrigens sein Sohn ist da ganz anderer Meinung. Der hat nämlich 2021 bereits sein komplettes Vermögen in Bitcoin investiert. Star-Investor Tim Draper toppt das Ganze noch ein bisschen. Der hat bereits im Dezember 2023 verkündet, dass Bitcoin bis Ende diesen Jahres bereits bei 250.000 Dollar stehen könnte. Kathy Woods, die CEO von ARK Invest, die schoss aber definitiv Mitte Januar komplett den Vogel ab. Alter, ich rasch komplett aus! Denn eine kleine Long-Term-Perspektive bis 2030. Prognose bis zu 1,5 Millionen Dollar pro Bitcoin. Jo, das ist mal ein Statement. Werden wir sehen, was so die Zukunft bringt. Also das Worst-Case-Szenario beläuft sich so um die 250k. Aber wie gesagt, man geht ja immer vom Best-Case aus und da könnten wir selbst im Millionenbereich stehen. Jetzt zur großen Frage, was wird passieren? Offen gesprochen, es kann keiner sagen. Jeder, der dir heute behaupten möchte, Bitcoin steigt da und da... Ne, Moment, das wird nicht passieren, weil da ist kein Network-Marketing hinten dran. Habe ich vergessen an der Stelle, Entschuldigung. Wird dir keiner sagen, aber wie gesagt, Prognosen sind ganz nett. Potenzial ist da. Es fließt gerade Unmengen an Kapital in diesen Markt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch so weitergeht. Und irgendwann wird es auch wieder eine Korrektur geben, was wir nur wiederum als Info rausgeben können. Wir bezweifeln, dass der Kurs sehr, 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 sehr extrem abfallen wird. Warum? Wenn das passieren würde, wäre ja auch wiederum der Glaube in den ETFs weg. Das heißt, da werden wohl mittlerweile Kräfte walten, die diesen Kurs auch bei Bedarf ein bisschen beflügeln können. Also, wie gesagt, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Wir für unseren Part haben zum Beispiel gestern mal einen Teil verkauft, halten aber immer noch was und warten eben ab, ob jetzt eine gewisse Korrektur kommt, dass wir dann nochmal einsteigen. Ob das die richtige Taktik war, hey, who knows? Und an der Stelle auch große Frage an dich, schreib doch gerne mal in die Kommentare, was deine Meinung ist. Hältst du jetzt einfach konsequent weiter oder sagst du, ah, jetzt ist ein guter Zeitpunkt mal auszucachen und dann zu schauen, wie es weitergeht? Oder sagst du eben, hm, jetzt raus, Dipp kommt wieder rein? Wir sind sehr gespannt. Sonst, wir können auch gerne in der Telegram-Gruppe weiter diskutieren. Link ist in der Description. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.